Wir nehmen gleich so mit, gell? Die Möglichkeit, so viele Fahrzeuge unter solchen Bedingungen zu bewegen, ist einfach ein Traum, dass ich meine Frau auch mitnehmen konnte. Die war so happy und ich genauso, also mit einem Wort sensationell, ja. Der Kollege, hier draufhängt, du bist ja der, ganz dicht. Wir haben erst mal gedacht, blauer Himmel und Sonne wäre schön, aber im Nachhinein war diese schneebedeckte Sache einfach klasse. Für mich war das Highlight das Frühfall mit dem X3. Ich bin auf morgen sehr gespannt, weil normalerweise man versucht immer den ersten Tag zu toppen. Und wenn das getopft wird, dann will ich nochmal dabei sein. Ja. 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 Ein sensationelles Erlebnis, frachiale Gewalt, Freude am Fahren. Musik Uh, langsam. Mega geil. Hammer. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mit Sprachlos. Musik Es war ein Bombentag. Hervorragendes Wetter. Super Autos. Klasse Instruktoren. Was will man mehr? Musik Musik Eine riesige Bandbreite an Fahrzeugen, die man hier fahren konnte. Und bei dieser Kulisse, das ist ja Wahnsinn, das kann man ja gar nicht beschreiben. Super. Musik Es ist eigentlich mit Worten kaum zu beschreiben. Ein fantastisches Erlebnis. Wir haben so viel Spaß gehabt, so viele tolle Dinge erlebt. Vielen herzlichen Dank. Das war eine ganz tolle Aktion. Und jeder kann sich glücklich schätzen, der das mitmachen darf. Musik 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 Musik